Musik Ich habe über das FCI in der Zeitung gelesen, bei dem Thema Digitalisierung und gerade Marketing ist es ja besonders wichtig, dass man auch im Bereich Retail sich mit neuen Technologien auseinandersetzt, wie zum Beispiel Augmented Reality, dass ein Kunde sich bestimmte Sachen auch vorstellen kann und was man damit erarbeiten kann und deswegen wollte ich das mal live anschauen heute. Musik Ich freue mich, dass so viele gekommen sind zum Studententag 2016 und ich finde auch, wir haben dieses Jahr ein total spannendes Programm und hoffe, dass alle die Fragen stellen, die Ihnen immer auf dem Herzen lagen. Musik 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 Ich bin sehr interessiert in Automotive Engineering und so, wenn ich auf dem Website FCI sehe, ich finde, da sind ein Projekt über Automotive Engineering und so, ich komme hier zu sehen, ja. Musik 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 Ich würde gerne, wo ich mich jetzt auch darüber informiere, in Richtung Medizintechnik und dort dann so Bildverarbeitung in die Richtung gehen. Ich studiere Elektrotechnik und möchte vielleicht mal in der Automobilindustrie, aber genau weiß ich das noch gar nicht. Deswegen gucke ich jetzt mal mir alles an. Ich habe mich schon für einen Hiwi-Job beworben und bekomme dann demnächst Bescheid gesagt, ob das was wird oder nicht. Also es interessiert mich wirklich. Musik 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 I like the spider. Yes, I like it. Nächstes Jahr bin ich auf alle Fälle wieder dabei.